Solche Stift sind hier in so einem kleinen Vorort in Aberkirky. Aberkirky. So haben wir hier Suburb. Die ganzen Hunde hier, Ben. Und zwar gibt es hier... Was ist denn hier los? Ja, das ist so... Wir haben... Da war so ein Typ, der hat uns was erzählt. Ich weiß gar nicht, wie der hieß... Vince... Ach, keine Ahnung. Auf jeden Fall hat er erzählt, hier gibt es irgendwo Menschen, die undercover Meth kochen. Was? Warte mal, warte mal. Hier in der Gegend? Warte mal, warte mal. Das Haus da kommt mir echt bekannt vor irgendwie. Was da vorne noch, meinst du? Das Haus kommt mir... Das... warte mal. Warte mal, hier... Warte mal. Was ist das? Meinst du? Da oben, das sieht so aus, als hätte er mal eine Pizza gelegen lassen. Ja. Ist es vorbei? Willkommen, ist es vorbei? Warte mal, lieber die Kamera ausmachen, das ist mir zu gefährlich hier. Warte mal, lieber die Kamera ausmachen, das ist mir zu gefährlich hier.